Tessi Supply ist am 25. und 26. Mai in Flachau in Österreich in der Salzburger Region. Wir sind Hauptsponsor des Tesla Takeover Events und freuen uns sehr dabei zu sein. Und du hast die Möglichkeit auch uns persönlich kennenzulernen, auch mich persönlich dort zu sehen. Und wir würden uns natürlich sehr freuen, wenn ihr da vorbeikommt. Der Link zum Event und auch zu den Tickets ist in der Beschreibung und ihr könnt sogar noch Rabatt bekommen auf die Tickets. Zwei Tage volles Programm. Schaut also gerne mal vorbei. Wir würden uns sehr freuen, wenn ihr da seid. Wie gesagt, 25. bis 26. Mai und du kannst eben halt noch Rabatt bekommen über unseren eigenen Rabattcode. Einfach das Ticket in den Warenkorb tun für die zwei Tage und dann kannst du eben halt hier unten noch den Rabattcode eingeben. Wir werden wie gesagt vor Ort sein. Wir würden uns freuen, dich persönlich kennenzulernen. Und es gibt so einige spannende Dinge, die noch passieren könnten, wie zum Beispiel vielleicht auch einen Cybertruck, der kommt. Also geh schon mal auf die Webseite, schau dir das Thema schon mal an. Mit Tessi Greenline kannst du noch mal Rabatt auf das Ticket bekommen. Bis 16 Jahre sind auch Kinder kostenlos. Wir freuen uns auf dich.